Die erste Schule in Deutschland Wir sind hier dicht gedrängt, weil wir leider nicht mehr Platz in der Runde haben Herzlich Willkommen, Nena, ihr Liebesgefährte Philipp Palm, die Eltern, Silke Steinfahrt und Thomas Simmer Wir sind auch Eltern Wir sind auch Eltern Auch Eltern, Entschuldigung, also auch Eltern Jetzt ist es wirklich bald so weit, wie aufgeregt seid ihr jetzt alle? Also ich finde es schon mal ganz, wie soll ich sagen, dass ich jetzt hier sitze und über unser Schulprojekt spreche Das finde ich schon gewöhnungsbedürftig Ich bin auch mein Leben lang meiner Intuition gefolgt Und vor zehn Jahren habe ich das zum ersten Mal ausgesprochen, dass ich eine Schule gründen möchte Vor fünf Jahren habe ich das erste Mal in der Öffentlichkeit darüber gesprochen und nun sitzen wir hier Ich bin da sehr bescheiden mit und finde das ganz wundervoll, dass wir diese Möglichkeit haben, dass das in Deutschland passiert Das stärkt mich Weil ich lebe hier gerne und es muss möglich sein, dass man etwas bewegt Egal was man macht, jeder Mensch hat sein eigenes Talent und seinen eigenen Weg Und wenn man dann bestätigt wird in dem, dass man auch so eine Genehmigung bekommt Weil das ist ja nun nicht gerade, was wir da machen, ist nicht gerade salonfähig in Deutschland Also noch nicht, obwohl es für uns ganz normal ist Dass Kinder selbst entscheiden über ihr Leben und selbst entscheiden, was sie lernen, wann sie es lernen und mit wem sie es lernen Das ist für uns Demokratie, also ein Teil der Demokratie Also eines, was man jetzt sagt, wir haben lange uns gedanklich damit auseinandergesetzt Acht Jahre, dann dauert ja so ein Zulassungsverfahren mit Konzeptschreiben und so sehr lange Gibt es auch Ängste, dass es nicht klappen könnte Oder ist man jetzt so euphorisch und glaubt so fest an die Sache, dass man sagt Nee, das geht auf die Nummer Die Herren, ihr seid der Schulleiter hinterher Also die Ängste gibt es schon zwischendrin Das hat man immer wieder so Und dann ist immer die Frage, wie geht man damit um Und wie kann man sich so im Team einfach ausstärken Und kann sagen, hey komm, das packen wir Und auch wenn es vielleicht jetzt schwierig ist Wir haben eine Vision, wir wollen da hin und ja, haben sie erreicht Das geht auch im Umgang mit Kindern, die mir in meinem Leben begegnen So, ich habe Vertrauen in diese Menschen Und ein Lehrer, der seinen Schülern nicht vertraut, sollte nicht Lehrer sein Und Kinder und Menschen lernen immer Das weiß die Hirnforschung schon lange Und wir Eltern müssen uns keine Sorgen darüber machen, dass unsere Kinder nichts lernen Weil davon sind wir alle nicht frei Wir lernen so oder so, ob wir wollen oder nicht Sie haben sich mal gegen das Wort Erziehung so ein bisschen gewandt Weil Sie gesagt haben, Erziehung ist ein Wort, damit kann ich eigentlich gar nichts anfangen Nee, ich finde das Wort Erziehung nicht so richtig Weil da kommt für mich gleich so das Bild auf Ich ziehe das Kind so in meine Richtung Und ich habe selber auch Kinder Und ich lerne von meinen Kindern Meine Kinder lernen von mir Das ist ein reger Austausch Und ich habe mich nie so in der Rolle als Mutter gesehen Ich stecke in einem größeren Körper Ich gucke von oben auf euch herab Und ich weiß, wie das Leben funktioniert Ich weiß es überhaupt nicht Also das Leben ist voller Überraschungen Und diese Schule ist eine der größten Überraschungen in meinem Leben Also ich bin ziemlich überwältigt davon Und wir alle überhaupt auch in so einem Team zu arbeiten Eine Vision zu haben und das so gemeinsam durchzusetzen Ohne Streit, ohne Neid, ohne ewige Diskussion Dass man sich wirklich auf einer Ebene trifft Wo man sich gegenseitig stärkt Das ist auch ein wunderschöner Aspekt dieser ganzen Sache Dass man eine Bank findet, die Geld verschenkt an Menschen Das habe ich überhaupt nicht gewusst, dass es so etwas gibt Das habe ich auch noch nicht gewusst Das ist... 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 Die Genossenschafts-Schein Das ist... Das ist die Genossenschafts-Schein Das ist die Genossenschafts-Schein Ich meine, du bist doch in der... Ihr habt doch auch eine Schule gegründet Also... Also ich muss dazu mal sagen Ich nehme mich da ja auch in der Öffentlichkeit sehr stark zurück Weil ich gerade diese Macht der Elterninitiative Die sich dort dafür kämpfend einsetzt Ich habe immer gesagt, ich bin da lieber in der 2-3-Schein Weil diese Kraft so groß ist von den Eltern Diese Begeisterung, die dahinter steckt Ja Jetzt müssen wir noch ein bisschen über das Konzept, was ihr verfolgt, sprechen Weil da war ja in der Presse ein bisschen was zu lesen Man muss dazu sagen, dieses Sudbury School ist ja nicht ein Pilotprojekt Oder das gibt es ja durchaus Es gibt 30 Schulen weltweit Nach welchen Prinzipien wird denn da jetzt wirklich unterrichtet Oder die Kinder betreut oder herangeführt? Philipp Das Interessante ist, dass es eben eigentlich keinen Unterricht gibt Nicht im klassischen Sinn Sondern in den Mittelpunkt gerückt sind die Kinder Mit dem, was sie gern möchten Mit dem, was in ihnen liegt An Talenten, an Fähigkeiten Und die Schule ist der geschützte Raum In dem sie sich dem widmen können Begleitet von Fachleuten sozusagen Lehrer im besten Sinne Als Fachleute für bestimmte Themen Aber auch als Leute, die sich begreifen Als jemand, der auch noch was lernen kann Wie viele Lehrer kommen auf wie viele Kinder? Wir haben 85 Schüler und 5 Lehrer Und wie will man das bewältigen? 85 Kinder mit 5 Lehrern zu betreuen Und individuell sozusagen zu betreuen? Das stelle ich mir sehr schwer vor Lernen passiert ja ganz viel informell untereinander Es gibt keine altersgebundenen Klassen oder sowas Bei uns an der Schule Sondern alle sind zusammen In einem Gebäude Und lernen ganz viel untereinander Und abgesehen davon ist das Verhältnis 85 Schüler zu 5 Lehrern 1 zu 17 Das ist Bundesdurchschnitt an Schulen Also das ist Wie sieht Sie sich so an Wir hatten gerade heute ein Vorstellungsgespräch Einer wundervollen Lehrerin Die haben wir auch gleich eingestellt Also das war innerhalb von 5 Minuten klar Und ich habe zum Beispiel nicht auf ihre Zeugnisse geguckt Ich habe ein Foto von ihr gesehen Habe sie eingeladen zu uns Und habe mir erstmal den Menschen angeguckt Weil ein Zeugnis für mich Nichts über einen Menschen aussagt Und es war einfach schön Dass wir jetzt aber auch in dieser Situation sind Lehrern auf der Ebene zu begegnen Ich hatte selber nicht so eine ganz schöne Schulzeit Aber wenn ich ein Kind hätte Hätte ich schon gerne Dass die, die die Schule machen Mal gucken, ob der Lehrer Der den Kindern was beibringt Auch was kann Aber hättest du nicht auch Lust Deine Kinder zu fragen Ob der Lehrer deinen Kindern gefällt Ja klar Idealerweise beides Aber die Realität sieht doch Entschuldigung, wenn ich da nochmal einhacke Die Realität sieht ja Weil es nicht so viele Schulen weltweit Oder auch in Deutschland gibt Doch leider ganz anders aus Kinder ohne Grenzen zu erziehen Mach ja vielleicht in jungen Jahren noch angehen Aber wenn dann plötzlich im Berufsleben Oder im frühen Berufsleben bei einer Lehre Oder so ein Chef plötzlich auftaucht Der sagt so Pass mal auf, du machst jetzt das Und dann sagt er Nö, ich meine nicht Habe ich in der Schule gelernt Braue ich nicht Ich mache nur das, was ich will Dann tauchen doch da Probleme auf Ja, du vermisst jetzt aber einiges miteinander Also was ist deine konkrete Frage Weil Grenzen gibt es immer im Leben Also die gibt es auch an dieser Schule Die Kinder stellen sich zwar ihre eigenen Regeln auf Gemeinsam mit den Lehrern Und wer sich nicht daran hält Der hat die Konsequenzen zu tragen Also das ist völlig Wir sind hier nicht ein chaotischer Haufen Der die Kinder alle in ein Haus schmeißt Und macht ihr mal Das ist für uns nicht Freiheit Und auch nicht Demokratie Wir nehmen die ernst Die Leute Wir respektieren sie für das Was sie sind Und ich glaube zutiefst daran Dass jeder Mensch das Recht hat Seinen persönlichen Lebensplan Zu entfalten Das war jetzt auch mehr so gedacht Um das nochmal ein bisschen näher zu